Der User hat deinen Kanal. Huch! Huch! Soll ich dir was mitbestellen? Du bist so doof, einfach. Alter! Tut mir leid. Das ist so doof. Ne, soll ich? Du kannst auch mal ne Runde mitspielen, wenn du willst. Mini! Mini, ich hab grad Renderprobleme. Hast du Augenränder? Ich glaub du hast andere Probleme grade. Oh, und ich lache auch noch. Ich weine. Entschuldigung. Soll ich dir was mitbestellen? Ja. Okay. Dann stell ich das in den Kühlschrank. Okay, oder unten hinein, wenn's was zum Knabbern ist. Okay. Ja. Geil. Okay, bis später, du merkwürdige Person, die ich überhaupt nicht kenne. User disconnected from your channel. So... ... ... ... ...